So, heute ist der 18. Dezember schon. Ich muss jetzt mal gucken wo das 18. Türchen ist, weil das geöffnet wird. Da ist das 18. Türchen und ja, drauf gemacht. So, dann öffne ich das 18. Türchen. Hier so ein kleiner Teil. Und zwar sind das die Geisterstunde Bodenkreise von Keller bzw. Vertrieb von Komet. Gut, dann möchte ich auch diese jetzt ziehen. So, jetzt kommt die Geisterstunde von Keller bzw. Vertrieb von Phoenix. Ja, drehen sich natürlich. Sorry für einen großen Schock, aber kam gerade ein Auto. Jetzt da. Jo, war ja gut. Alles was auch mit diesem Türchen.